moin moin und herzlich willkommen zurück zu oblivion ja wir wollen jetzt einmal kurz zurück nach skin grad also in die richtung bevor wir die nächsten drei tore machen hier tore wenn wir das hier mit dazu nehmen so und richtung quatsch gehen danach südosten da lang das ging grad wir brauchen wieder neue hammer wir müssen wir haben umbra verloren ich weiß nicht wo es genau gewesen ist ich habe es nicht mehr gesehen so und ja ich weiß jetzt nicht ob umbra so oder so irgendwann verloren gegangen wäre weil irgendwann verbraucht ist sagen jetzt mal oder ob die mir den weggekickt haben sagen wir so mich entwaffnet haben und er dann dadurch verloren gegangen ist jetzt so schade dass umbra weg ist so wir haben es 11 uhr warten wir elf stunden bis 10 uhr oder acht acht uhr wird reichen früher hielt ich euch für einen helden für einen heiligen ritter und so weiter ich hätte es wohl besser wissen sollen was hat sich durch meine waren an ich bin sicher dass ihr etwas findet das euch interessiert was passiert das ist mehr naja was ist passiert das ist das der jetzt auch so ist das waffenschmied ein guter preis für einen ein guter preis für einen guten kunden daran habt ihr viel gold verdient also ernsthaft jetzt was ist passiert dass die habe ich wieder kopfgeld so 20 stück ich weiß eure kundschaft immer zu schätzen naja jetzt ernsthaft ich habe kein kopfgeld aber wiedersehen ich bin gerade sprachlos was was passiert was weswegen weswegen sind die so zu mir wer bist du also gaston geht es euch wie schön euch zu sehen einmal mist gebaut und schon aber mein ruhm ist doch noch relativ weit oben so kurz auf dem map ist das der den wir hinwollen oder noch weiter am besten ich glaube das ist der den wir gerade gemacht hatten der dazu ist ja der ist zu da brennt aber etwas ordentlich ich will deinen help haben vergeltung der anmaßung der ist viel wert so haben wir den zu klumpen wir müssen möglichst viele oder ich will zumindest möglich wie ist ein pferd hier reingekommen da ist noch ein reiter oder also der wahrscheinlich der besitzer vom pferd der versuch ist es wird die sind nicht nun und das ist ein bisschen wenig wer ist denn das das ist nicht der besitzer vom pferd muss ich einmal vielleicht alles reparieren einmal alles reparieren alter ich habe jetzt gleich ich habe 66 hammer jetzt verloren kann ich die nicht benutzen zum reparieren dann warte mal ach so, ich bin auf den Hammer gesprungen warte mal, kann ich von hier da rüber wird jetzt ein Weilchen wehtun, aber ich speichere einmal und ähm so warte mal, eine Sache will ich, ne nicht hier, äh auch nicht hier die sind alle jetzt hier gedienst aber ne, hier war das wahrscheinlich die nun gegen Frost, festigen Locken hab ich würde gerne wissen, was das ist die Info fehlt mir was ich da genau habe was mich hier schwächt ne, diese Info würde ich wirklich gerne haben wirklich gerne haben was ich glaube der richtigen Weg Ich geh mal hier rein. Die brennen. Und dann nicht hier nochmal weiter nach oben. Ah, wahrscheinlich erstmal ganz oben hier das Tor aufmachen. Wer ist das gewesen? Hat er einen Namen? Mythisch Morgenröte Wache. Ja, selber schuld, dass ihr... ...meer Rune Stargon hier anbetet. Beziehungsweise den nach Oblivion hier... ...äh, nach Niren... ...eintreten lassen wollt. Oh, nice. Da hinten auch. Okay, das ist... ...das ist cool. Das ist neu so. Da haben wir eine Spinne. Hat nun D3 jetzt. So, einer fehlt hier noch. Hier ist noch eine Spinne irgendwo. Oder von oben... ...wurde mir eine hinterher geschickt. So, was für Hühnchen. So, was für Hühnchen. Wie? Wie ich hier mal beschissen an einen wegrennen, äh... ...von einen wegrennen. Was ist denn das? Und da klebt jetzt mein Blut? Okay. Äh... Nee, hier. Alter, ich hab... Ich hab gedacht, was... Was ist denn das jetzt für ein großes Viech? Da ist die Spinne, auf der anderen Seite. Okay. So. Ist der Gegend daneben? Ist hier doch einer? Hat auch nur ein Daedra-Herz. Zitadellenhalle? Nee, wir gehen nach oben. Wir wollen nach oben. Wohl, warte mal. Vielleicht gibt es da neue Daedra-Sets. Die wir noch nicht haben. Oder auch nicht. Ich hätte gerne mehr Daedra-Sets. Was für Feigling? Die wollen wahrscheinlich einen nur entmutigen, oder? Oder zum Übermut. Hier, äh... Ja, da geht es wieder runter. Okay, also hier durch. So. Vielleicht einmal nochmal reparieren. Oh, da muss ich sehr viel diesmal reparieren. Wie viel fehlt uns noch, bis wir hier Meister sind? Waffenschmied? Sehr viel. Wir müssen sehr viel reparieren, bis wir Meisterschmied sind. Und da flog er. Schnell, ich will hier durch. Die sollen aufhören, auf mich zu schießen. Jetzt sind wir voll. Kann man die Türme irgendwie kaputt machen? So, hier kommen jetzt auch wahrscheinlich drei, vier Gegner. Die Ringe finde ich super. Die sind viel wert. Ja, wo rennst du hin? Heimzahlung des Blutes. Ich gehe mal da rüber. Ich gehe mal da rüber. Autsch. Ah, die Spinne. Ich hasse das, wenn die einen paralysieren. Da. Alter, der auch mit paralysieren. Hier greift mich noch jemand an. Der ist nicht alleine. Oder der hat irgendwas beschworen gehabt. Oh, warte. Okay, der ist leer. Wie viele Siegelsteine haben wir jetzt? Wir müssen jetzt eigentlich sehr viele haben. Kann ich das sehen? Und wiegen die auch was? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Siegelsteine haben wir schon. Dumm, 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 dumm. So, ich muss jetzt zu dem, aber... Ach so, das... So, den da. Der fehlt uns noch. Eventuell... Nee, hier falsch. Einmal alles reparieren. Bitte nicht kaputt gehen. So, Himmel färbt sich schon rot. Ach, hier schießen die Türme auch schon wieder auf. Oh, das ist wieder so einer. Wo wir sehr weit außen rumlaufen dürfen. Natürlich muss die Nervensäge jetzt dabei sein. Alter. Da reicht er mich noch, ne? Was ist eigentlich mit dem Turm? Okay, wenn wir ihn direkt angucken, äh... Ist das verhüllt, aber so? Interessant. So, einmal über die Brücke. Ich mag keinen Schaden mehr. Ich glaube, die Waffe muss repariert werden. Ich glaube, hier ist irgendwo noch einer. Der Stress will. Das ist der Richtige? Ach! Ach! Wo kommst du denn her? Füttert mich her. Füttert mich her. Dessen Sprüche sind aber auch... Interessant sag ich jetzt mal. So, viel Spaß beim Schwimmen. Der ist so eine Wubble geworden. So, einmal gucken. Muss was repariert werden? Mit Sicherheit, ja. Bitte nicht kaputt gehen. Hier ist bis jetzt nur eine Sache. Also nur ein Hammer kaputt gegangen. Nehme ich mal mit den Saphir. Wenn wir gleich gegen die beiden ordentlich Schaden bekommen, äh... Gehen wir dann nochmal zum Brunnen. Na du, willst du auch ein Wubble werden? Jo, der hat mich wieder erwischt. Aber da ist zum Glück ein Brunnen. Nutzen wir den mal. So, wie kommen wir am schnellsten jetzt eigentlich da rüber? Wenn ba ich zum Glück. Hmm. Ja. Was ist das für mich? ein deck alter alle hauen sie drauf Warte mal, da ist noch was zum Plündern. Okay, jetzt da nur umpackt bin. Ähm, so. Gibt's einen Zauber der maximalen Heilung? Oder haben wir den sogar? Wohl, dafür bräuchten wir mehr Willenskraft, geh ich mal von aus. Na, der soll mal hierin kommen. Wir sind außerhalb von dem. Na, du? Geh mich nicht in die Schussbahn von den Dingern, warum, die ziehen mir zu viel Leben ab. Dass die alle Blitze beschweren können. So, äh, Hammer. Hammer. So, Unwiederherrschung verbessert. So, einmal in den Turm und dann wieder zurück. Ähm, der dreht mich. Da oben bist du. Autsch. Warte mal, wo ist der Turm? Da. Da ist der schiefe Turm von Pisa. Nee, das ist der falsche Turm. Den da muss ich. Ja, ich muss den da. Genau, hier. Wo ich entdeckt werde. Ähm. Wo ich entdeckt werde. Okay, der ging aber schnell weg. Da ist der schiefe Turm von Pisa. Na mein Rosa? Der schon wieder. Dass er auch immer wieder irgendwie mich wiederfindet. Sogar schon in den Ebenen von Oblivion. Also er ist schon faszinierend. So, das Tor ist auf. Sogar schon. Sogar schon. der drischer zackenfall nehme ich mit ich glaube an den kommen wir gar nicht mehr ran außer wie springen die lava jetzt ist der weg die lassen wir da in ruhe hat die spinne ihn okay ich mache gar keinen schaden ich glaube meine waffe ist hinüber wo kommt er denn jetzt her ja ja Wo kommt dein kleine Misfi wieder, ja. Okay, wo ist die Spindellady? So, einmal reparieren, wir machen gar keinen Schaden. Unser Fehrer ist auch irgendwie irgendwo verschollen wieder. Oder versuche von hier irgendwie durchzukommen. Ähm. Da ist die Spinne. So, kurz überlegen, wo muss ich lang? Wir kamen von hier, also hier lang. Okay. 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 Ich dachte schon, das Ding fällt hier. Ich dachte, das Ding würde viel früher runterfallen. Wäre schön, wäre es auf den gefallen. Erstmal hier zwei Dead Drops. Ja. ich finde es super wie die hier immer umfallen wenn man den letzten schlag macht so gibt es da oben noch jemanden ich glaube nicht so vielleicht noch mal kurz die dinger benutzen alter ok das ist jetzt das ist gerade richtig ich glaube jetzt müsste ich mal so der war glaube ich ja nie haben die neue ausrüstungsteile hier gibt es keine tür dann gehen wir so wir sind auch schon gleich ganz oben hier ist nur noch einer viel spaß da unten ok 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 an dem kommen wir nicht mehr ran es sei denn der findet jetzt einen weg der hat einen weg gefunden wie auch immer der das gemacht hat aber irgendwie freue ich mich für ihn dass er das gefunden hat was hat er denn für einen walküners kriegshammer hatte nehm ich mal mit für den wert obwohl werden wir ihn wahrscheinlich niemals für den wert wirklich verkaufen können so resist cold pants ja bin in die falsche richtung gerannt so den siegelstein haben wir jetzt auch welken steine wie man sie in den allen er hat es einfach wieder mal nicht geschafft zu überleben der verehrer tut mir aber auch echt leid so die drei die hier haben wir alle jetzt auch die beiden also skin grad ist jetzt wirklich sicher das heißt dann jetzt nächster anhaltspunkt wäre wirklich warte mal ich glaube in die falsche richtung da ist die straße wäre jetzt quatsch und quatsch hat das einziger eigentlich so ein angriff nicht überstanden weil die die ersten waren überfallen wurden ich glaube einige daedra waren ja schon dezimiert bis wir dann kamen dann wir auch rausfinden konnten so wie man so ein tor schließt kann man so glaube ich irgendwie erklären jetzt bin ich neugierig gibt es hier vielleicht wieder ein neues tor das geöffnet wurde ich will jetzt aber auch wirklich wissen ist quatsch wieder aufgebaut sind die ruinen weg ach komm her teddy ach so ja ich bin der held von quatsch und ich bin auf dem weg nach quatsch wie viel vulkan glas die hat ich hätte jetzt nur langsam gerne so ein helm oder so aus äh von daedra mir auch egal ob das jetzt von den banditen kommt oder so ich ja 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 das ist ja ja das ist ja das ist ja ja das ist ja da sind hier sind jetzt nur die beiden um quatsch herum aber ich gehe jetzt erstmal Richtung quatsch da ist die Straße ich war jetzt irritiert wo die Straße hin ist ich will mir das erstmal da oben ansehen und ich hoffe wirklich dass es wieder aufgebaut ist und ob wir auch ein Haus und quatsch bekommen können ich bin nur noch müde ich kann es nicht fassen ich muss wieder von vorn beginnen ich mache mich noch fertig ich lege mich hin und schließe die Augen willkommen göttlicher Kreuzretter der hat nichts okay schönen Tag ich dachte da kommen jetzt irgendwie neue Gespräche oder so dann 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 Okay, hier ist der Doppel. Das ist immer noch so, verstört. Das war ja ein riesiges Tor, was hier war. Jetzt bin ich neugierig. Ist das wieder... Ne, ist das immer noch. Und es brennt immer noch. Ja. Prolocket, euer Glaube hat eure Gebrechen von euch genommen. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder... ...richtig geheilt. Die liegen immer noch hier. Ja, mehr Randil. Ich glaube, für den Fall sollten wir einen Command oder so nutzen, damit die wiederbeleben werden. Wollt ihr zu Schloss Quatsch? Ah ja, stimmt. So sind wir, glaube ich, reingekommen. Ähm... Seblian? Wisst ihr, ich sah euren Kampf gegen den grauen Prinzen. Niemand glaubte, dass dieser Ork geschlagen werden könnte, aber ihr habt es allen gezeigt. Hahaha. Äh... Hilfe für Bruma. Ich kann nur wenige Männer entbehren, aber ihr habt unsere Hilfe mehr als verdient. Ich werde euch so viel Hilfe senden, wie ich nur kann. Bruma darf nicht demselben Schicksal anheimfallen wie unsere Stadt. Okay. Lebt wohl. Hier muss ich nix mehr machen. Was wäre schön, wenn... ...wenn Quatsch wieder aufgebaut werden könnte. Wirklich? Wenn das hier alles verschwindet und dann wieder heile ist. Wer ist denn das eigentlich? Es ist... Elend Vronius? Hat's auch nicht überstanden? Im Grunde hat hier niemand was überstanden. Leute, mit denen ihr Tauschgeschäfte macht? Ja. Okay. Gut. Dann... ...wäre ich hier nur noch... ...1, 2, 3... ...und hier wahrscheinlich noch ein vierter Oblivientor übrig. ...irgendwo... ...irgendwo... ...um Anwil herum... ...vier Oblivientore... ...und dann sind wir hier die Goldstraße durch... ...und danach müssen wir hier weiter Richtung Süden... ...da sind 1, 2... ...warte mal... ...2, 3... ...also 1, 2, 3... ...und dann ist hier auch noch mal ein vierter Oblivientor... ...hier ist gar keiner... ...also hier wahrscheinlich nur einer bei Lea Wien... ...doch hier ist einer... ...hier ist irgendwie... ...hier... ...an der Straße... ...ist relativ wenig... ...aber dann gehen wir ja hier rum... ...und letzte wäre dann Chardinal... ...hier ist auch nur der eine... ...oder wir haben hier einfach nichts entdeckt... ...kann ja auch sein... ...und da sind im Grunde sehr viele... ...hier alles... ...haben wir noch nichts entdeckt im Grunde... ...ah, und zur Kaiserstadt müssen wir ja auch noch... ...und, äh, Okato würde ich gerne als letztes, äh... ...mitreden... ...so, aber ich würde sagen, das machen wir... ...in der nächsten Folge... ...vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart... ...ich bin's, euer Max Deus... ...und... ...tschau! ...und... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020